Hallöchen zusammen und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Silent Hill 2 Remake. Wir haben ein Hotel zu erkunden und ich gehe jetzt als erstes mal nach unten, weil das reimt sich auf erkunden. Und ich habe als Kind immer Pumuckl geguckt. Insofern habe ich gar keine andere Wahl. An die Reinigungskraft, mach bitte den Kamin im Konferenzraum sauber. Ja, dann macht er gleich eine Notiz. Da will er nämlich nachschauen, ob die Reinigungskraft das auch wirklich sauber gemacht hat. Da ist der James sehr genau, wenn es um sowas geht. Na gut, dann gehen wir, glaube ich, eher nach oben. Warte mal, wo ist denn der Konferenzraum? Restaurant, Lagerraum. Wenn wir jetzt dann hochgehen, dann haben wir Flur. Hä? Ah, es gibt ein drittes Stockwerk mit Konferenzraum. Naja, dann gehen wir jetzt einfach mal erkunden. Da ist sie wieder, die Glühbirne im Fischmaulern, die wir nicht rankommen. Die zeigt mir das Spiel schon erstaunlich oft, ne? Okay. Arsch, Arschtier. Komm jetzt her, Arschtier. Das war ein Treffer, oder? Ich hasse das Ding. Stalward to the end. Standhaft bis zum Ende. Nehmen wir mit. Vielleicht muss ich später noch was lesen. Gladiatorenkämpfe. Guck mal, da ist ein Engel oder so. Ein gefallener Engel. Und ein gesperrter Mensch. Adler, Löwe, Stier. Der aufgestiegene Alice Borough. Und Revelations. Die Offenbarung. Eine neue Interpretation. Aha. Jetzt muss ich hier die Bücher einsortieren. Ich speicher mal schnell. Auch wenn ich das gerade erst gemacht habe, aber ja. Ich speicher mal schnell. Und jetzt passt mal auf. Ah, hier ist noch ein Buch. Pride before the fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Leonard et nevois. Und jetzt muss ich hier die Bücher richtig einsortieren. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Nur weil da zwei Speere sind. Was wollen mir die sagen? In dem Gemälde sind auch zwei Speere. Aha. Adler, Löwe. Unten Adler, Oden, oben Löwe. Was steht für einen Adler? Standhaft bis zum Ende? Der Aufgestiegene. Das ist der Adler. Ach, die Bücher haben sogar das eingraviert. Dann kommt hier der Engel. Und hier der Stier. Und dann stimmt eigentlich. Es sei denn, ich muss es andersrum machen. Oder ich muss mir das Bild nochmal anschauen. Hä? Also, die Speere. Ne? Sind V-förmig in der Mitte. Und dann Adler, Löwe, Engel, Stier. Aber vielleicht andersrum. Weil es auf dem Kopf steht, die Speere. Aha. Genau gespiegelt. Genau gespiegelt. Okay. Okay. Geheime Hinterzimmer sind immer gut, ne? Zwei, eins, sieben. Okay. Blutspur unter der Tür. Kelb. Kelb, kelb. Ah, okay. Tor. Blutige, kaputte Glühbirne. Da gehört jetzt die Richtige rein. Aber die Blutige nehme ich nicht mit. Na gut. Kelb, kelb. Oh, das ist noch eine längere Rätselpassage hier. Ich verstehe schon. Na dann. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Da draußen krabbelt mindestens noch ein Monster durch die Gegend. Ah. 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 Ah, da war vorher verschlossen. Okay. Oh Gott. Ha. Ha. Okay. Eiskalt erwischt. Lustiger Jumpscare. Hallo, Schwester. Es ist lustig, dass da lauter echte Medikamente im Regal sind und James nimmt die Nahrungsergänzungsmittel als Heilung, ne? Naja. Krankenakte, Patient MSS. Mehr kann ich damit nicht machen. Na gut. Okay. 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 Durchgang geöffnet. Ich laufe hier gerade so ein bisschen planlos durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, was eigentlich los ist. Aber solange es noch ungeöffnete Türen gibt, werde ich einfach mal weiter ein bisschen planlos durch die Gegend laufen. Crow. Die Pistolenmunition in dem Spiel heißt Crow oder ist von Crow. Und Crow Country ist ein Spiel, das sich ein bisschen von Silent Hill inspiriert hat. Insofern... Ist das ein lustiger Entweder Zufall oder vielleicht wirklich ein Easter Egg, an das ich gar nicht gedacht habe. Easter Egg ist der falsche Begriff, aber so ein... Ja, doch, vielleicht schon ein Easter Egg. Oh Gott, Leute. Ah! Ich bin jetzt dann, wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon vorbei. Aber ich bin jetzt dann übers Wochenende auf der Polaris in dem Hotel. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, wenn ich mir das so anschaue. Ich werde die ganze Zeit an das Spiel denken müssen, wenn ich da alleine in meinem Hotelzimmer sitze. Um Gottes Willen. Bitte nicht. Okay. Achso, ich kann da, okay. Gegenüber vom Schwesternzimmer geht's noch runter. Nö. So. Noch mehr Crow-Munition. Der Angestelltenaufzug, da kommen wir auch nicht rein. Oh mein Gott, hier gibt es noch so viel zu entdecken. Aber andererseits war ich gegenüber noch lange nicht bei den ganzen Türen, bei den ganzen Hotelzimmern einfach, wo man mal noch reingucken könnte. Dann würde ich sagen, let's go. Da muss ich nochmal schnell schauen. Genau, okay. Erstmal speichern. Okay, jetzt passt mal auf. Die Treppe nach oben ist sowieso nochmal eine Option. Aber jetzt gucken wir mal. Da ist so ein kleiner Gang hinter der Treppe zum Beispiel. Da können wir nicht rein. Wir sind ja auch nicht angestellt hier im Hotel. Macht der Sinn. Okay. Oh, das ist leer. Das ist sehr leer. Ungewöhnlich leer. Okay. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel, den wir nicht haben. Hier darf man nicht rauchen. Hey. Das mag ich nicht, dass die hier so oft aufstehen. Bin ich kein Fan. Okay, jetzt passt auf. Ja, gibt noch genug Zimmer. Okay. Okay. Oh, ist das gemein, ey. Das war eine gemeine Falle. Kriecht der Gegner, den ich eigentlich angreifen will, einfach durchs Loch weg. Und ich muss jetzt dauernd Angst haben, dass er wiederkommt. Und ich werde von der Seite angesprungen. Okay. Scheint auch irgendwie eher wurscht hier der Raum. Nein. Tschüss. Oh. 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 Ich habe das Gefühl, die meisten Räume hier sind irgendwie relativ wurscht, ne? Blumenlieferung Silent Hill, die perfekte Blume für den perfekten Anlass. Unsere Bestseller Linien, Chrysanthemen, Hortensien, Gardinien, Gladiolen, Nelken, Narzissen, Hyazin, Zehen, Pfeilchen, Rosen, Orchideen und viele mehr. Ja, 20% Rabatt auf Hochzeitsstreuse. Rufen Sie uns an 1207 und mehr. Oh, ich höre jemanden weinen. Was war denn das jetzt gerade? Sind das Beleuchtungsfehler oder soll das so sein? Das kommt mir gerade sehr komisch vor. Oder? Habt ihr das... Dass ich auch mich so schemenhaft sehe, wenn das passiert. Das ist sehr ungewöhnlich. Ah, das soll wirklich ein Gewitter sein vielleicht draußen. Aber das sah weird aus. Vor allem, wo kommen die Blitze überhaupt rein? Es ist stockfinster. Okay, hier ist alles verschlossen. Ja, dann mal wieder zurück. Okay. Ja, dann mal wieder zurück. Ob wir einfach die Treppe im Hauptflur eigentlich hoch können. Das weiß ich gar nicht. Die können wir irgendwie nicht hoch. Da ist es abgehangen. Okay. Hier geht es auch nicht hoch. Aber da hinten gäbe es ja noch eine neben dem Schwesternzimmer. Die sieht clear aus. Okay. Nee, irgendwie ist da kein Gewitter. Warum waren da unten so komische Lichteffiz... Ah, wieder! Ich glaube, das soll nicht so sein, oder? Tja. Ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht ist oder ein Grafikfehler. Und ich würde sagen, dann ist es nicht sehr gut gemacht. Wenn man sich nicht sicher sein soll, ob es ein absichtlicher Effekt ist oder nicht. Also, falls es Absicht ist, hätte man es schöner machen können. Oh, Schlüssel für 107. An die Reinigungskraft. Kannst du auf dem Weg zum Konferenzraum auch gleich in Zimmer 102 vorbeischauen? Ich lasse dir den Schlüssel da. Einer der Gäste hat da eine ziemliche Sauerei angerichtet. Ah, nein, ja. Ah, nein, ja. Ah, nein, ja. Ah, nein, ja. Ich dachte schon, der Gegner wartet jetzt. Bis ich den fertig aufgehoben habe. Aber, nee. So höflich war er nicht. Okay. Für was brauchen wir jetzt den Bolzenschneider? Ich weiß auch gar nicht, was wir... Ich habe nicht verstanden, wie der Kamin irgendwie kaputt oder verbarrikadiert sein soll. Das sah so aus, als könnte man das einfach öffnen. Vielleicht ist der Bolzenschneider auch für den Kamin. Da müsste ich jetzt fast nochmal nachschauen, weil ich kann es wirklich überhaupt nicht sagen. Weil das sieht überhaupt nicht verschlossen aus, oder? Da ist doch nichts. Warum kann ich das nicht einfach öffnen? Naja, keine Ahnung. Dann gehe ich jetzt... Vorhängeschloss. Naja, es gibt noch die unteren Zimmer. Da können wir uns noch umschauen. Okay. Okay. Frische Luft. Wo sind wir jetzt? Ah, in einem kleinen Bereich, in dem wir bis jetzt noch nicht waren. Okay. Ganz schön viele Vogelkäfige. Okay. Da liegt ein Buch. Das ist jetzt im Zimmer 1... Nein, 319 ist über mir. Ah, das ist jetzt im Restaurant gelandet. Das Buch. Okay. Okay. 1, 2, äh, 2, 1, 5 haben wir noch. Ich höre Monster. Aber wo? Ah, aufhören! Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ui, 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 ui. Für was haben wir jetzt die Schlüssel? Holy shit. Wir haben jetzt einen Bolzenschneider. Ich weiß aber nicht genau, für was eigentlich. Achso, doch oben war doch irgendwas verbarrikadiert, ne? Da wahrscheinlich. Wir können aber jetzt auch in 107. Aber hey, dann gehe ich jetzt noch mal hoch. Wo waren denn die Ketten? Achso. Hm, naja, da weiß ich nicht. Obwohl. Naja. Nee. Hätte ja sein können. Ich schätze mal, in Wirklichkeit könnten wir den Bolzenschneider hier benutzen, ne? Aber gut. Ist scheinbar jetzt gerade nicht des Rätsels Lösung. Hier wird mir ein Make-Up-Spiegel angezeigt. Als wäre es was Wichtiges. Na ja, ich schätze mal, dann gehen wir mein Zimmer 107. Beziehungsweise ins Restaurant auch wieder runter. Wo wäre hier das Safe-Room da vorne? Speichere ich noch mal schnell. Wobei unten könnte ich auch speichern, aber ist wurscht. Speichern, 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 immer fleißig speichern. Okay. Das ist aber schön gelandet. Und auch gar keine Scherben. Und wir haben einen Dosenöffner. Natürlich haben wir einen Dosenöffner. Genau was wir brauchen. Damit kann ich jetzt den Apfel öffnen. Hm. Schade. Naja. Okay. 1,07. Hä? Hier ist eine ungeöffnete Schublade? Hm. Wundert mich. Äh, ja. Ah, du schon wieder. Warte mal. Dich hatten wir schon. Genau hinter der gleichen Vase. Ich habe hier im Hotel ein bisschen Angst, Fernseher einzuhauen, weil ich Angst habe, dass ich dem Fernseher einhau, den ich dann noch brauche, um mir die Videokassette anzuschauen. Das wäre blöd. Aber ich vermute mal, das ist unmöglich. Ich vermute mal, das ist unmöglich. Ich höre monster quietly. krati upestunua aha ah ein kleiner Kaminschlüssel ach Kaminschlüssel okay das ist jetzt aber wieder so ein typischer letzter Dungeon wie ich sie hasse wirklich da bin ich immer kein Fan von das fühlt sich für mich zumindest gerade ganz stark so an als wollten die jetzt einfach ein bisschen hier auch strecken so man muss erst ganz hoch da findet man Schlüssel für ganz unten dann muss man raus dann findet man draußen wieder ein Schlüssel für ganz oben das fühlt sich gerade so ein bisschen an wie in die Länge ziehen mit langen Laufwegen und so dann platziert man ab und zu ein paar neue Gegner damit es nicht allzu langweilig wird aber da bin ich jetzt gerade kein Fan von dem Design hier muss ich schon sagen aber okay dann hätten wir das jetzt dann gehen wir wieder ganz nach oben oder da war der Kamin einmal schnell speichern bitte so gut ähm genau Kamin war ganz oben wieder na dann ran ans Werk weißt du wenn ich dran denke was es hier noch gibt es gibt noch das Rätsel wo ich drei Objekte in der Haupthalle einsetze draußen ist noch irgendwas mit der Glühbirne dann gibt es noch den Koffer den ich da öffnen kann und und ähm weißt du noch so viel offene Rätsel hier in dem einen kleinen Dungeon die Videokassette ich habe einen Dosenöffner weiß nicht warum ich habe eine Figur vom Aschenputtel die Videokassette ach guck mal das ist aber neu oder ja yeah ja 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 Was ist das? Die Musik läuft noch. Ah, ich geh einfach mal. Aha, okay, das war's anscheinend. Kleiner Miniboss hier an der Stelle plötzlich. So ein Gitterkraxler in Nahkampf. Interessant. Oh mein Gott. Okay. Wohin jetzt eigentlich? Wir haben jetzt eine Ballerina, äh, eine Aschenputtelfigur. Ich geh jetzt mal in die Haupthalle und setz die da ein, oder? Oder kann ich, ich weiß es jetzt nicht, aber kann ich die Aschenputtelfigur mit dem Dosenöffner öffnen? Nee. Warum hab ich das? Warum hab ich ein Bolz... Ah, draußen die Glühbirne, Bolzenschneider. Und blutrote Farbe. Ah, dann ist das hier anscheinend gar kein Blut an den Wänden. War... Okay, keine Ahnung. Äh, ich schätze mal, ich könnte jetzt mit dem Dosenöffner das öffnen, ne? Offene Dose. Und jetzt? Kombiniere ich, kann ich wieder die offene Dose mit irgendwas kombinieren, das ich aber nicht habe. Naja, wo bin ich eigentlich jetzt? Hier bin ich irgendwie eigentlich jetzt. Wohin führt die Treppe da? Aha, ins zweite Stockwerk. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ach so, doch, doch, aber da muss ich nicht mehr hin. Nee, nee, passt schon. Gehen wir wieder hoch. Okay, okay, okay. Mit dem Bolzenschneider muss ich jetzt auf jeden Fall mal rausgehen. Und die Glühbirne holen. Und in irgendeinem Raum... Ja, beim Safe-Raum, ich weiß schon. Da setze ich dann die Glühbirne ein. Das ist ja was hier, ey. Hä? Hä? Ach so, stimmt. Hintereingang, ne? Ich bin ja über den Garten, übers Paddelboot illegalerweise wahrscheinlich hier reingekommen. So, das wird jetzt mal durchgezwickt. Dann holen wir uns die Glühbirne, die da seltsamerweise im Fischmaul ist. Der Große des Westens um Köder verführt, konnte ihm nicht widerstehen. Gut, dass wir das geklärt haben. Also. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich Aschenputtel schon in die Spieldose stellen kann. Ich meine, wurscht wär's, aber... Dann weiß ich das wenigstens. Aha. Aschenputtel gehört schon mal dahin. Sieht das nicht aus wie die kaputte Glühbirne? Das verstehe ich nicht. Aber okay, keine Ahnung. Was mache ich mit dem Apfel? Ich kann die Glühbirne mit der Dose... Ah! Okay, gut, dass ich das jetzt zufällig hier gemacht hab, weil ich hätte keine Ahnung gehabt. Die gehört jetzt aber nicht hier rein, oder? Die gehört da oben in den Raum. Ja, okay. Ich muss nur noch mal gucken, wo gleich noch mal. Äh, hier. Die Treppe hoch und dann gleich ins Lesezimmer. Okay. Können wir auch gleich noch mal speichern. Ja. Das Spiel stresst mich grad so sehr. Also einfach, weil ich auch echt Schiss habe. Dass, äh, ich keine Sekunde Fortschritt verlieren will. Es wird alles gespeichert. Jeder Pups wird hier gespeichert. So, Glühbirne in Rot. Deed done. Aufgabe erfüllt. Und jetzt? Ah, das ist der Kot. Und wir finden einen Schlüssel. Und zwar der Angestelltenaufzug. Bei dem waren wir auch schon, ne? Wo war jetzt der gleich noch mal? Mitarbeiteraufzug, da drüben. Okay, alles klar. Ich hab manchmal das Gefühl, dass James hier in dem Hotel besonders träge läuft. Als hätte nicht das Spiel, sondern James ab und zu Slowdowns. Keine Ahnung. Das ist ganz komisch. Fühlt sich komisch an. Als würde ich im Teppichboden stecken bleiben. Aber ich hab hier tatsächlich manchmal ein bisschen Slowdowns. Aha. Speichern wir mal. Vor wirklich ungefähr 30 Sekunden. Aber okay. Äh. Hä? Wieso kann ich hier mein ganzes Zeug ablegen? Jetzt hab ich nix mehr. Jetzt ist mein Inventar leer. Ich hab nicht mal mehr eine Nahkampfwaffe. Will ich das? Warum hab ich das gemacht? Bin ich komplett bescheuert? Ich kann mich nicht verteidigen. Warum kann ich das? Was ist los? Bin ich dumm? Wenn jetzt hier ein Nahkampfmonster kommt, bin ich einfach Game Over, glaube ich. Ja, da kann mir das Spiel schon Munition geben. Was soll denn das jetzt hier? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so klug war. Shit. Was hab ich getan? Warum hab ich das getan? Ich mein, ich hab's freiwillig gemacht, ne? Das macht's ja noch verrückter, das Ganze. Warum sollte ich? Ich hab auch keine Map mehr. Ich bin so dumm. Okay. Ich hab einen Würfel gefunden. Ich hab keine Taschenlampe. Es ist voll dunkel. Ich glaube, ich lad das nochmal, oder? Ich weiß ja, also, aber warum? Es ist so, hä? Wieso geht das? Okay, ich schätze mal, das macht erst Sinn, wenn ich die anderen Würfel habe, befürchte ich. Warum zur Hölle habe ich das gemacht, Leute? Warum? Ja, wunderbar, danke. Nicht mal Zettel kann ich mir durchlesen. Ich bin Johnny, der heiße Typ. Elektrisches System. Ich bin ... Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe hier noch ein anderes Monster gehört und ich kann mich hier nicht verteidigen. Brot. Interagier mit Brot. Es ist dein Brot. Tolles Achievement. Danke. Grüner Würfel. Okay. Muss ich alles ablegen für die Passage? Oder... Ich bin so verwirrt und verängstigt. Ich glaube, ich mache einen Horror-Podcast und den nenne ich so. Verwirrt und verängstigt. Das passt eigentlich perfekt. Okay, noch ein Würfel. Schlimmes Bild. Wasch... Wäscherei nebenan war ich noch nicht. Ansonsten muss ich jetzt mal zum Würfelrätsel zurück. Okay, hier ist nix. Also... Juwelenkiste. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier machen muss. Irgendwie vielleicht alles so verschieben, dass sich eine sinnvolle Muster einfach ergibt, dass die Haken ineinander greifen oder so. Das sieht doch schon mal schön aus. Das sieht doch ganz okay aus, aber das ist scheinbar nicht das Richtige. Okay. Ich mache es mal so, oder? Ich mache es mal so. Ich erkenne ein bisschen schwer, was ich eigentlich ausgewählt habe hier, ehrlich gesagt. Okay. Das ist doch schön. Ist das nicht richtig? Ah, da sehe ich was. Es soll aussehen wie vier Männchen auf einem Boot oder sowas in der Art. Ich verstehe. Also, die vier Männchen sind schon mal richtig. Aber das muss ich, glaube ich, genau nochmal drehen. Ha, kann ich nicht drehen. Vielleicht muss ich es nochmal mit dem irgendwie verändern. Aha, das ist besser, oder? Ja, genau. Jetzt muss ich nur das da noch verändern. So haben wir es. 7, 4, 1, 4. Dann befürchte ich, muss ich jetzt zum Safe laufen. Im Pausenraum. 7, 4, 1, 4. Ah, schön. Ich glaube, den Ausgang nehme ich nicht. Ah, doch, jetzt ist es weg. Ach Gott, das ist ja furchtbar hier. Hallo. Kellerschlüssel. Kellerschlüssel. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Zum Aufzug? Oder kann ich jetzt die Tür gegenüber aufschließen? Ja, mit der Videokassette. Genau so machen wir es. Ach Gott. Ach Gott. Oh shit. Will ich wirklich noch tiefer runter hier? Muss das sein? Bitte. Ich will, dass das aufhört. Nein. Nein. Das will ich nicht. Was zur Hölle ist denn hier los? Heilige Scheiße. Ich hasse die Passage gerade zutiefst. Aber richtig. Aber richtig. Mit Imbrunst hasse ich das hier gerade. Oh, das ist so scheiße. Ich hasse das wirklich gerade. Ich hasse das wirklich. Das ist nicht so, dass ich sage, haha, lustig, das hasse ich. Sondern das ist gerade so ein Neckum. Die Passage wäre absolut nicht notwendig gewesen. Ich verabscheue alles daran und wünschte mir, die wären nicht im Spiel. Und die macht das Spiel für mich gerade sehr viel schlechter. Das ist natürlich persönliche Empfindung. Das kann man dem Spiel jetzt nicht wirklich ankreiden. In dem Sinne. Ich kann jetzt nicht sagen, das Spiel ist schlecht, weil es das macht. Andere finden das bestimmt ganz lustig und so. Aber ich hasse das gerade wirklich so zutiefst. Um Gottes Willen. Ich möchte in die Zeit zurückreisen und zu Bluperteam gehen und wie auch immer die Idee hatte, den Ohr feigen. Und den sagen, mach es nicht. Vielleicht hätte ich meine Waffen aber auch nicht da reinlegen müssen oben, ne? Vielleicht mache ich das gerade, weil ich absolut blöd bin. Weil ich ein Sadist bin. Ich weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht kriegen wir das gute Ende, wenn wir das machen. Was weiß denn ich? Ich will doch nur das Hundeende. Das einzig wahre Ende. Venus Bar. Wo ist das? Können wir jetzt gehen? Ist hier noch irgendwas in der absoluten Dunkelheit? Ne, ich sehe einfach gar nichts mehr. Okay. Jetzt passt auf. Küche. Ah, da passt der Schlüssel. Okay. Äh? Muss ich noch ein Ventil finden? Oder kann ich das wieder mitnehmen? Ich kann das wieder mitnehmen. Okay, ich kann hier zumindest mal schnell speichern. Ah, und ich speichere auf einen anderen Speicherplatz, falls das optional ist und ich muss irgendwie doch meine Waffen nachher nochmal mitnehmen oder so. Warum? Angelhacken. Angelhacken. Hakel. Angelhacken. Da ist eine Duke Box. Eine Meerjungfrauenstatue. Und ich stehe im hohen Wasser und da ist Strom drauf. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Da ist ein geheimes Foto. Oh, das wollte ich nicht. Shit, das war dumm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo habe ich jetzt mein Zeug gelassen? Wo war der Angestelltenaufzug? Das wird es gar nicht so leicht, den zu finden. Die tun immer so, als ob ich Orientierungssinn hätte in solchen Spielen. Als ob ich mich erinnern könnte, wo was ist. Aber das ist nicht so. Außerdem ist es jetzt hier sehr dunkel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Was im zweiten Stock, im dritten, ich weiß es nicht. ich will mein Zeug wieder. Ah. Oh Gott, das war schlimm, Leute. Ich zittere. Wenn ich meine Hand so vor mich halte, ich zittere. No shit. Kein Spaß. Das hat mich jetzt ein bisschen gebrochen hier. Das hat mich ein bisschen zu fertig gemacht. Ich hasse solche Passagen, in denen man wehrlos vor irgendwie Sachen wegläuft und so. Hasse ich wirklich krass. Hasse ich wirklich heftig. Scheiße, ey. Scheiße. Wir haben eine Videokassette. Wir haben einen Schlüssel. Was jetzt? Was jetzt? Wir haben nicht den Schlüssel für das Vorhängeschloss hier. Das ist das Problem. Ohne den kommen wir nicht weiter. Ich könnte jetzt mit meinem Equipment nochmal in den Keller gehen. Aber macht das irgendwie Sinn? Irgendwas brauche ich offensichtlich noch für die Spieldose. Ne? Restaurant. Die Tür 202 ist noch verschlossen. Da ist das Vorhängeschloss, das mich nochmal in den ganz neuen Bereich bringt. die Bar Venus. Sieht eigentlich nicht so aus, als müsste ich da nochmal hin jetzt. Da ist eigentlich alles abgehakt, ne? War in der Bar Venus irgendein Grund, warum ich da nochmal hingehen sollte? Na, theoretisch ist da gegenüber von der Waschküche noch eine Tür, die ich nicht versucht habe, ne? Hm, naja. Vielleicht ist das das Ziel, das nächste. Aber Leute, ich glaube, wir machen für heute Schluss. Das hat mich zu sehr fertig gemacht jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt eine Pause. Puh, okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hab mich sehr gefreut. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen frische Luft schnappen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.